Glück auf, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Mediengespräch nach unserem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Natürlich begrüßen wir zunächst mal unsere Gäste aus der Fuggerstadt, hier oben auf dem Podium Trainer Martin Schmidt. Herr Schmidt, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja hallo und schöne Grüße von mir und Gratulation an Schalke 04, auch von mir und dem Verein zum Klassenerhalt und zum Spiel ist eigentlich von unserer Seite nicht so viel zu sagen. Das war ein Spiel, das wir hart umkämpft haben, also einen Punkt hart gekämpft haben. Ich glaube, das ist das Beste an dem Spiel heute, das 0-0. In der ersten Halbzeit war es ein bisschen ausgeglichener noch in Torchancen, in der zweiten Halbzeit war es Torchancenplus klar bei Schalke und da hatten wir in wichtigen Momenten gut verteidigt. Der Torwart war da, ich glaube auch Jan Moravec, der reinkam, war ein wichtiger Punkt, um hier dieses Resultat zu holen und deshalb sind wir, glaube ich, mit dem Resultat zufrieden, mit dem Spiel weniger, mit dem Wochenende natürlich sehr. Das gibt uns jetzt ein bisschen Planungssicherheit, ein bisschen Ruhe im Verein, dass wir die nächsten Schritte auslösen können, um die nächste Saison zu planen, damit die ein bisschen weniger Nerven braucht und dass wir ein bisschen ruhiger die begehen können. Aber auf der anderen Seite ist ein Ligaerhalt für Augsburg immer etwas Großes. Deshalb freuen wir uns natürlich auch sehr und das Spiel heute geht sicher ein bisschen da unter in der Geschichte. Es wäre mental schwierig für die Spieler, das auch anzugehen. 24 Stunden vor dem Spiel kommt diese Meldung. Man ist drin, ein gewisser Spannungsabfall ist da im Sinne von der Fokus auf das Spiel. Das hat man heute gesehen. Wir waren flatterhaft in vielen Sachen, viele Ballverluste. Schalke war besser, 0-0 ist das Beste dran. Viel Erfolg euch und Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmidt. Dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, auch von meiner Seite gratuliere ich Augsburg mit der Klasse Erhalt. Und ja, ich habe ein Spiel gesehen, wo wir taktisch gut gestanden haben. Und wir haben den Aufbau gut gespielt, nur bis zu 16 Meter. Und ja, man kann sagen, wir hatten noch einige Chancen, aber da waren wir nicht so glücklich. Auch durch gute Torwartssafes. Aber letztendlich haben wir den Klasse Erhalt geschafft. Und wie, das ist nicht so wichtig. Es ging um den Klasse Erhalt. Das war auch meine Aufgabe. Und das ist uns gelungen. Und da sind wir zufrieden mit. Nicht mit das Ergebnis vom Spiel. Weil wir hatten gerne für unsere Fans das ein oder andere Tor geschossen. Vielen Dank, Hüb. Gibt es Ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Dann einmal das Handzeichen, bitte. Ich sehe, alle Fragen beantwortet. Doch, Jörg, ich wollte gerade abmoderieren. Bitte schön. Herr Stevens, zwischenzeitlich, als Sie angefangen haben, klang es ja mal so, dass Sie, ja, also nicht an der Aufgabe verzweifeln, aber Sie waren doch schon, Sie wirkten sehr, ja, zweifelnd. Wie froh sind Sie jetzt, dass Sie es geschafft haben mit der Mannschaft? Ich habe nicht geschweifelt. Nein, ich habe nicht geschweifelt. Ja, aber das ist etwas anderes, wenn Sie sagen, das ist die schwerste Aufgabe oder du zweifelst. Das ist doch etwas anderes, denke ich. Aber die Aufgabe, die war schwer. Nicht nur, dass es schwer war, um mit einer Mannschaft, die ich nicht zusammengestellt habe, zu arbeiten. Aber da kommt noch etwas anderes dazu. Und das ist die Liebe des Vereins, ja. Und wenn ich dann heute sehe, wie unsere Fans meinen Freund ehren, ja, dann tut er das etwas. Weil, auch wie der Vorschlag gekommen ist, war es gerade, glaube ich, zwei Wochen her, dass Rudi gestorfen war, ja. Und das nimmt sie mit, das ist doch klar. Und darum war es auch eine schwere Aufgabe. Gibt es weitere Fragen? Ich will gar nicht das kurz machen, nur gerne Handzeichen. Aber Jörg hatte die einzige Frage. Dann herzlichen Dank euch allen. Schönen Sonntag. Danke Ihnen. Schönen Sonntag, ja.